moin leute so ich habe hier jetzt ein bisschen so hart zu wein gespielt und dann ja ich habe halt italien gespielt ich hatte so ganz deutschland erobert österreich tschechoslowakei hatte ich so alles und war dann habe dann den alliierten den krieg erklärt dann habe ich bemerkt da ich hier aktiviert hatte dass ich hatte den militärzugang gegeben das hier heißt großbritannien hatte truppen meinem land als den krieg erklärt habe wurden diese truppen feindselig und haben einfach mich in insten kapituliert das heißt ich hatte nicht meine chance obwohl ich halt hier an der front fortschritte gemacht habe und ich hier da war auch kaum was los das heißt ich hätte eigentlich die sie besiegen können und hier dass jemand kann die europäische einheit schaffen das ist halt so frustrierend ist ja einfach in meinem gebieden war waren so ja die welt halt so aus ich habe ja ich habe mal getan zuerst und habe demokratisch monarchie gespielt ja es hat extrem frustrierend ich hoffe es wird irgendwie gefixt oder so und ja dann dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal